Empfindlichkeit Wird in Umgebungen mit intensiver Fremdlichteinwirkung geschweißt, reagiert die Blendschutzkassette teilweise zu schnell oder gar nicht auf Lichtbogenimpulse, da die verangestellte Empfindlichkeit der Sensoren nicht mit den Verhältnissen in der Arbeitsumgebung übereinstimmt. Dank der stufenlosen Sensitivity-Regelung kann die Empfindlichkeit der Sensoren der Umgebung und dem Arbeitsplatz angepasst werden. Diese Funktion kann auch eingesetzt werden, falls mit einer sehr tiefen Stromstärke geschweißt wird und die Blendschutzkassette deshalb nicht abdunkelt. Der E680, E670 und E650 sowie der P550 und P530 haben diese Funktion integriert. colored Lichtbogen 12 1 3 4 5 5 6 6 6 3 6 6 6 7 7 6 8ro youtube Schub